So, und damit willkommen zurück zu einer kurzen Aufnahme. Neo. Hier ist ein Backtrack, meines Erachtens nach, ne? Bei dem Vieh. Was haben wir da? Oh, wow. Aua. Oh, wow. Ach. Da war ich gerade ein bisschen stuck. Oh, wow. Der war weit. Ach, verdammt. Mein Gott. Zwei Hits dann, wenn der das macht. Okay. Okay. Ah, ich wollte schon wieder zu viel. Okay. Okay. Das war's für heute. Jawohl. Okay. Oh, doch kein Backtrack. Kisten. Shuras Kriegsaxt. Okay. Können wir da noch hintergucken? Gibt es da noch was? Ein Doden, der da liegt oder sowas? Ah, ein Kodama. Das nehme ich doch auch. Geh mal zurück. Das ist schon lustig. Okay. Okay, okay, okay. Haben das wie gerade geförstert, ne? Stolz auf mich. Oh, plötige Seite. Ausrüstung. Wir kriegen halt so viel Stuff, der aber irgendwie... Hm. So viel weniger durch Trinkungsschutz und so einen Scheiß hat. Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? 17.000... Also gar nicht großartig gucken. Das reicht sowieso vorne und hinten nicht. Aber ich hätte gern wieder meine vier... Elixiere. Mit zweien komme ich nicht so weit, glaube ich. Das ist ein Axt-Oni, ne? Das sieht nach einem Axt-Oni aus. Das ist ein Axt-Oni. Das war's für mich. Tschüss, danke, schön Ich höre hier etwas Großes laufen, das gefällt mir nicht Ah, wir sind jetzt hier Hm 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 Nee Ist der hier? Ja Okay, ist aber nur so ein Schwert-Uni Mhm Oh wow, okay Relativ delay der zweite Angriff, interessant Was? Oh wow, derzeit hat nicht gebetet, mein Gott Lass mal hier hin Und tschüss Dammit Kann ich den von hier aus schon hitten? Nein, von hier aus, aber Oh wow Danke Wo ist der andere Dude, der mich beworfen hat? Ach, der steht einfach da vorne, okay Hm Hm Der hat eine Axt gedroppt Äh, komm ich denn hier irgendwo durch? Und halt da droppen, aber das will ich gar nicht, das macht nur Aua Äh, muss ich da oben definitiv gleich auch nochmal rum Ähm Oh, hier liegt noch eine Rüstung Das ist ja Oh wow Das ist ja Das ist ja Das ist ja Der Schlüssel war jetzt wofür nochmal? Ach, ich glaub ich weiß warum Ach ja Ach ja Ich hätt' ich beinahe vergessen Wisst wie Äh, dann laufen wir hier oben einmal kurz rum Und uns hier noch die Axt Oder den Hammer Alles, was wir verkaufen können, ist immer gut Gut Gut, ist das der Schlüssel hierfür gewesen? Ne, ne? Ah ja doch Aber nur hierfür? Ne, oder? Dieser Schlüssel ist doch bestimmt einfach nur der Generalschlüssel für alles Kommen wir jetzt bestimmt auch hier durch Ja, okay Ach, Schwerkämpfe auch noch Dammit Dammit Okay, now full Nehmen wir nach Hause. Oh, wow. Nur ein Skelettkrieger? Da noch der dritte Eingriff nahe. Ei, ei, ei. Ja, das war der Triple Line. Eingriff, okay. Ärgerlich. Oh, no. Das war meine Hübsche. Das geht. Wow, okay. Oh, wow. Okay. Okay. Ah, ich muss mal gucken, ob es da vorne noch einen Schrein gab, der noch irgendwie näher dran war, weil das hier ist echt ein bescheidener Weg zurück. Ja. Ja. Obwohl eigentlich geht es tatsächlich nicht so gar. Ich kann hier ja durchsprinten. Ich musste ja hier alle nicht fighten. Ja, das ist Kacke. Okay. Mhm. 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 Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. I see. Und this is going to be a fun one. Okay, wir können halt einfach... Den hier vorne nehme ich einfach immer mit, weil ich es kann. Weil der eh nichts macht. Und hier machen wir einfach den Sprinter. Ah, scheiße. 40 Schaden genommen. Miau. Naja, sollte trotzdem alles gereichen. Muss ja nur die Tür aufmachen. Okay, hier sollte ich eher nach hinten dodgen, glaube ich. Oh mein Gott. Okay, wenn ich von beiden Clown gleichzeitig gittet werde, einfach Insta-Skip. Okay, da ich heute so ein bisschen auf Fast bin, glaube ich, sollte ich das eventuell einfach... Dann wird die Folge heute halt ein bisschen kürzer, aber in der nächsten Folge machen. Wir sehen uns dann wieder. Ciao, ciao.